Äh, bist du im Stream, Niklas? Äh, ich bin bei meinem Stream. Okay, hier Junge, kauf mein Merch. Hoppla, uh, was ist passiert? Ah, nein. Schön mit Edding. Das ist Vollzeug. Er hat halt echt das Nitro-Express gewährt, aber... Ja, natürlich, aber ich hab auch Necromancer dabei. Mit einem Einserjäger. Nein, ist kein Einserjäger. Wir haben alle... Ruhe. Ich hab'n 19er. So, ab zur Schweinefarben, da wo wir hingehören. Ich glaub, wir werden jetzt angegriffen. Ja. Oh no! 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 Wartet mal! Wartet mal! Warum soll man warten? Weil ich mir grad nicht sicher war, ob das dieses, äh, springen, über Zaunspringen-Geräusch von einem von euch kam, oder von dir vorne irgendwo, das konnte ich grad schlecht erörtern. Aber scheinmal kam's von euch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, Clues weiß. Also, ich hol' ihn erstmal hier. Oh, wir sind da. Oh lol! Ja. Ja, easy! Da wir jetzt eh Lärm machen. Äh, Uschi. Uschi, die ich nicht getroffen hab, weil ich kacke bin. Ich sag' nichts mehr. Äh, ich hab' Haftbombe. Das, äh, den Boss müssen wir jetzt ruckzuck hier wegmachen. Äh, Dynamitsteiger hab' ich auch, ja. Bombe Atom. Der Dynamitsteiger ist noch anders. Oh, hier ist er. Lauf! 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 Oh lol! Lol! Hä? Was ist das? Ne, das Ding schießt ja so schrapp... Oh fuck! Das Ding schießt ja so schrappnell. Oh nein! Hilfe! Ich bin tot! Oh Gott! Was machst du da? Na doch, ne, das ist. Ich bin total vergiftet. Und ich dachte auch, mich fühlt sich dicker los. Ja, tut er ja auch. Oh, du Scheiß! Also, ich will euch sagen, dass ich das extrem interessant von hier drin fasse. Ja, wir sind fast tot. So, Fetty, wo bist du? Komm, zeig dich. Zeig mir deine Wampe, Junge. Wo ist Fetty? Ne, wo ist Fetty? Fettboy Slim. Das bin ich. Da ich je nach Ansichtsweise entweder fett oder schlimm bin. Er hat mir ne Schelle gegeben. Muss ich das jetzt regeln? Ich dachte, ich schaff's noch rechtzeitig. Ich dachte, ich schaff's noch rechtzeitig. Komm ey, Schwein! Wie so'n wütender Bürger. Er hat mich getötet. KS. Wie so'n wütender Bauer mit der Mistgabel. Ich hab' ihn mit der Mistgabel abgestochen. Was voll in den Bauch. Da muss ich eigentlich ein Highlight von machen. Ja, wenn ich die Uschis hier rumrenne. Das sah so stumpf aus mit dieser Gabel. Scheiße ey, das war beilig. Wollen die das beim Butcher? Der hat mir einfach ne Schelle gegeben. Hast du schon mal ne Schelle von ihm gekriegt? Naja, aber er hat ne Mistgabel in ne Seite gekriegt. Wie sieht'n der aus? Hat der auch gekopp? Der, der Schweine... Der fällt ab. Ja genau, ab so Hälfte Leben fällt er ab. Der müsste irgendwo hier rumliegen. Da kannst du Fußball spielen, tatsächlich. Ich seh' Jäger. Oh. Okay. Und ich leck' hier wieder durch. Kann ich von unten gucken? Ja lol. Ja, ich hab's gesehen. Ich laufe weiter nach links. Ich hab' nicht getroffen. Ich kann von hier unten... Ich hab' hier keinen Weg hier durchzuschauen. Das ist so'n Witz. Hab' ihn getroffen. Ich kann auch nicht helfen. Aber der brennt irgendwie nicht. Haben noch einen getroffen. Da hinten läuft einer. Ja, hab' ich gesehen. Ich treff' nicht beim Kornfeld. Ich hab' auch nicht. Der, der, der moved all happened. Ich bin down. Oh man, ey. Ich bin so scheiße in dem Spiel, ne? Fühl' ich. Einer down. Nie drückt's Pressgewehr for life. Oh. Da wurde in den Arsch geschossen. Nein! Äh, einer ist direkt unter euch. Da, wo ich grad gehockt hab. Tschüss. Der war hier, äh, auf den Heuballen. Oh, oh. Oh, das war... Oh, das war... Das war eine Armbrust. Das bleibt hier wieder. Oh. Die ist ja auf dem Vordach. Juga, Alter. Einer down? Ja. Einer down? Ja. Alter, jetzt geht der... Alter. Krieg wir dann ab Flashbacks. Aber ich zähle mal auch nicht. Wie, was ist anders mit sonst? Wir haben uns gegenseitig getötet. Nice. Hauptsache, sie ist tot. Nice. Wie heißt die? Lane the ultimate. Okay. Hier kommt jemand. Ja. Nice. Ich hol mir, äh... Clou. Äh, nicht Clou. Kaufgeld. Bauty. Kammer mit dieser... Wie viele sind da noch? Äh, hier war noch einer. Das war zwei. Juri. Das war... Also ich hab eigentlich grad die Waffe gewechselt, aber irgendwie hat der Schluss noch vorgestellt. Da hinten ist ein Dreierteam noch in die Richtung. Noch ein Dreierteam, weil da ist gar nicht mehr. Äh... Die pushen gerade durchs Kornfeld. Ach, jeje. Das ist stressig. Ich sehe sie nicht. Hat da hinten. Ich glaube, einen hab ich gedaunt. Ganz hinten durch. Gibt keine Muni mehr. Hat ihr meine Munitionskiste? Ich wollte erst eine mitnehmen. Nur die drei Stück. Ja, aber das ist nicht die Munition, die ich brauche. Spezial-Muni. Hier war irgendwo, glaube ich, Spezial-Muni. Also da vorne ist einer. Äh... Äh... Das ist noch ein Dreierteam. Ich bräuchte halt echt... Munition, sonst sieht's hier schlecht aus. Ach, Nase Jutt. Also die Sparks LRR ohne Zielen abzufeuern, das ist ganz schön präzise. Also wirklich präzise. Boah, ich pack hier auf diesen Heuballen rum, ne Boss. Fertig. Ist die Knarre von dem Kackjäger hier. Ich hab einen gehittet. Ich seh grad keinen mehr, aber ich trau mich auch nicht richtig zu pieken. Okay. Da, wo ich markiert bin. Äh... Na ja, seh... Ist tot, ist tot. Das war ein geiler Shot. Und von... Aus der Richtung ungefähr kam noch ein Schuss. Dann sind die anderen beiden. Ja, da kann ich nicht mehr helfen. Ne, hier hinten noch die Armbrust hier liegt. Hier unten ist Spezialmonie. Vorsicht, die schießen durch. Äh... Die schießen blind. Wind? Ja, die schießen einfach, ohne dass wir uns sehen. Wo war Spezialmonie? Unten. Ach, blind. Ah, hier, jo. Nice. Hier ist auch noch welche. Okay, ja, die spare ich mir. Ah, jetzt hab ich erst mal wieder acht Schuss. Bin wieder voll. Hier liegt einfach ne Shotgun. Also, äh... So, zum Looten. Könntest du für Spezialmonie einfach die ganzen Leute hier, äh, aus? Ne. Ne, das so klappt das nicht. Ich werde gleich einfach auf offener Strecke auf die Zurem mit ner Mistgabel. Es geht nicht schief, wenn man mit dem Tomahawkskill, also mit ner Wurfwaffe, äh, ein Gegner killt. Also, ein Spieler. Habe ich noch... Habe ich leider noch nicht. Werde ich auch nie kriegen. Geht glaube ich auch mit ner Mistgabel. Wenn du sie wirst. Die sind ungefähr genau in westlicher Richtung. Beide. Die letzten beiden. Müssen aufpassen, dass sie den Boy nicht aufheben. Bin ich erschossen hab. Ganz hinten durch. Ich glaub einer ist irgendwo weiter rechts gelaufen. Okay. Ich hab keinen, keine Darkwischen mehr. Ich hab noch drei. Ich weiß halt auch nicht, ob die, die Tricks Pestgewerf, die Entfernung so effektiv ist. Das Ding legt alles. Auf 1000 Meter. Also hier wär, ähm, unser Ding ist, ne? Ausgang. Er ist so riskant jetzt gerade. Gerät kannst du mir einmal ungefähr in der Richtung machen? Was? Ich hab da getroffen. Die laufen dahinten. Was? Die laufen da hinten. Die laufen gleich zum Ausgang. Ja, die sind jetzt da. Ja, die chillen wahrscheinlich am Ausgang. Ja, da hab ich ihn nochmal gesehen. Ich geh davon aus, dass wir kommen. Keine Sekunden mehr haben. Aber ich hab drei. Ja, sollen wir einfach Richtung Süden laufen? Auf in den Süden. Auf in den Süden. Die laufen jetzt zum Ausgang. Müssen wir nur ab und an mal hinter uns gucken. Und vor uns natürlich. Geht grad eh mir Bock auf Tzatziki. Auf Tzatziki? Ja. Ich hab noch einen Chili Cheese Burger. Ah, Chili Cheese und noch Chili Peas. Wie was hat Tzatziki raus? Boah, ich könnte jetzt so richtig, ich könnte jetzt wieder irgendwie trennen. Ich hab grad so richtig Bock auf Spinassi. Äh, ich werd, da hilft das Trainieren auch nix mehr. Bei den leckeren Sachen, die es gibt. So was könnte ich halt niemals aufgeben. Man muss es ja nicht aufgeben, man muss halt nur reduzieren. Dann halt nur noch jeden zweiten Tag. Ja eben. Ahhhh. Easy. Äh, hab, hast du mal geschaut? Vor oder hinter uns? Oh, da rechts. Ich hab noch zwei. Okay. Was ist da rechts? Da war er rot. Ja. 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 Wirklich? Ich hab jetzt nix gehört tatsächlich. Äh, die Zombies laufen nach hinten in den Wald. Ich hab auf jeden Fall so richtig dick gehört. Ja, das hab ich auch gehört tatsächlich. Also die Zombies laufen nach hinten im Wald rum. Hab weder ein Spieler getroffen? Boah, ich hab's aber auch jetzt gerade mit dem vorziel, ne? Gibt die jetzt auch mal. Okay. Hast du noch Darkvision? Ich nicht mehr, ne. Welche Richtung? Einfach Richtung Süden. Naja, die Warnsache. Ja, rechts laufen zwei parallel mit. Jetzt bin ich auch mehr. Kacke. Kacke. Ach, was auch. Ich hab noch zwei Schuss. Müssen wir immer kurz inhalten in der Location. Vielleicht finden wir Muni. Können uns hier besser verteidigen. Ja, hier ist Spezial Muni. Das ist sehr gut. Oh ja, und direkt wieder... vier Schuss bekommen. Nice. Bleiben wir drin? Das ist die Frage. Die wissen, wo wir sind. Wir nicht, wo sie. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist das Zombies? Ach, das ist ein Hund. Okay. Und da wurde ne Uschi aufgeschreckt in die Richtung. Ja, wir haben hier auch noch eine. Das ist gut. Dass ich mich mal über so ne Uschi freue. Das ist auch besonders. Ja. Ja. Hier ist alles nur mit Zaun. Kann gut, kann aber auch schlecht sein. Ja, was tun? Das ist eine gute Frage. Problem ist, dass wahrscheinlich jetzt auch die, die von, die wir grad bekämpft haben, schon wieder bei uns sind. Ja, die könnten gleich auch kommen, ne? Das einzig, einzig gute in Anführungszeichen ist, dass wir vielleicht warten können, bis die sich gegenseitig irgendwie bekämpfen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich hab grad ne Bewegung gesehen. Fischgebüsch. Achso, oder die Uschi war es vielleicht auch. Ich seh da nix, das dürfte Uschi gewesen sein, die kommt ja aus der Richtung. Oder die anderen beiden wissen, was gut für sie ist und sind extrahiert. Das kann sein. Das ist so hart in den Anus gebumst, dass die sich dachten, ne, das machen wir nicht mehr. Das ist zu hart. Hat dir grad jemand nen Torz aufgemacht? Ne, ich hab ne Tür zugemacht. Na so. Ich seh aber auch gar keinen. Ich auch nicht, ich seh nicht, ich hör nichts. Versuchen weiter. Bevor wir, bevor wir jetzt hier warten. Noch hab ich gesehen. Okay, mach hier mal. Schon direkt hier in der Location. Schon direkt hier drin bei uns? Nein, der ist da vorne, so auf der Höhe. Okay. Da hat der hinterm Baum geluckst. Ich hab wegen dem... Diesmal war ich leider kacke und hab nicht getroffen. Dann wird der nächste sitzen. Entweder deiner oder seiner. Seiner. Da wurde ein Raben aufgeschreckt. Da... Da war der. Genau da. Ich lass dir... Ich lass... Das... Lässt dich mal zu, ne? Naja. Wir sind im ersten... Genau da, wenn ich weggucke. Ja, jetzt ist er da gewesen. Durchs Gestrüpp hab ich ihn kurz gesehen. Okay, ich seh ihn nicht. Ich kann sagen, dass ich gleich einen Headshot krieg. Guck mal hier. Ich hab hier... Ich hab hier... So eine mega kleine Lücke, wo ich durchgucken kann. Kann ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall auch sehr viel, glaub ich, sehr viel Schiss zu... Falten. Ich mach jetzt mal kurz was. Wir sind ja im ersten Stock. Falls die rushen wollen. Das können sie gern probieren. Ich verbarrikadier hier die Türen mit Stacheldraht. Also mit Stolperfallen. Die beiden kleinen Türen hier. Die große lass ich... Scheiße! Ah, ich weiß was du meinst. Machst du da? Guck, ob ich hier irgendwie... Hier oben ist nur ne Lücke. Oh, läuft. Oh, da war er. Hat nen Hit. Ja, Nitrox Pressgewehr auf die Entfernung ist nicht One-Shot. Das ist ja ein bisschen hart. Hat auf jeden Fall aber nen Hit. Ist wieder nach rechts da verschwunden. Ich weiß halt nicht, wie viele das sind. Nein! Ich hab jetzt seinen Kopf im Visier gehabt. Oh. Links ist auch schon... Links ist auch schon einer. Okay. Eck, der kann dich da wahrscheinlich sehen, Niklas. Vorsicht. Ja. Nice. Also da wurde ich auch schon grad angeschossen. Warum kann ich nicht pingen? Kann ich pingen? Oh, da, gegenüber Fenster. Ist tot, ist tot. Äh, die sind hier drin. Was? Die sind hier drin, das Schacheldraht. Tod. Das war der Schweine hier. Nee, das war er nicht. Nee, nee, nee. Das war er nicht. Nee, nee, nee. Das war der, auf den ich die ganze Zeit geschossen hatte. Da war aber noch einer mit dem Skin. Den hab ich gerade angeschossen. Ja, der ist da hinten immer noch im Gebüsch. Der letzte. Den kann man seine Munition... Oh. Das weiß ich nicht. Mit X. Ah, okay. Na, jetzt hab ich wieder einen neuen Schuss. Geil. Hast du, äh, kommst du jetzt, ähm, Dings aufsammeln? Hm, ja. Eine Sekunde. Der ist da immer noch hinten im Gebüsch. Der, ja, hab ihn gesehen. Da, irgendwo. Wo lag der denn? Da ist er am Schleichen. Alter. Du hast keinen Platz mehr im Gegenteil. Schau hoch. Alter. Ist der Hund tot? Alter, der Hund ist noch durch die Tür gebackt, dass ich ihn zugemacht hab. Leichte Schocken. Das war er nicht. Der ist auf jeden Fall noch hinten, wie gesagt, im Gebüsch. Also... Ich hab mal... Da irgendwo. Du siehst ab und an zwischen den Blättern der Bewegung. Aber auch nur ganz... leicht. Ich will am Fenster. Naja... Ist das der Einzige noch? Der Einzige, den ich noch gesehen hab. Der Dritte aus dem Team, dass wir grad, wo wir die anderen beiden gekillt haben. Ja, der Schweinehirte jetzt gerade mal. Das sind zwei Schweinehirten. Einen haben wir ja schon getötet und den da hinten. Der dennoch lebt. Entweder werde ich jetzt der Fakke sein. Da ist er hartnit. Ey, mal bitte jemand da die Seite ab. Ja. Dann nehme ich die rechte Seite. Ich versuch mal aufs Dach zu gehen. Ach du... Warst du das der gerade geschossen hat? Außen? Ja, das war ich. Okay. Ich hoffe, es ist kein Fehler hier auf dem Dach. Ah, weiß ich nicht. Wäre mir auf jeden Fall ein Fettivor. Das ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich gut für uns. Ja, meine ich ja. Okay. Wie gesagt, der war zuletzt... Ah, der ist die ganze Zeit schon hinten. Entweder da links am Pieken oder hier rechts im Gebüsch. Ich hab ihn gerade angeschossen, als er sich heilen wollte. Er hat sich aber leider vorher geheilt. Okay, fuck. Aber immer noch da, ne? Wo ich sag... Hm. Er ist nach hinten ins Feld weggelaufen. Jetzt weiß er halt, dass hier draußen auch einer ist. Okay. Ist jetzt die Sache... 37 Minuten noch. Was ich mal eben probieren könnte. Kommt wieder mein Standard... Jetzt kommt wieder einer meiner Standardsprüche. Ja, ich jage niemals an den... in die Ecke gedrängt das Tier. Ich geh mal hier in das Haus, wo ich den Dude gerade erschossen hab. Das war ein kleiner Kill. Ey, was hab ich jetzt gemacht? Fuck. Ich loote den ja einmal und dann gucke ich, wo er ist. Ich will hier eine bessere Sicht. Ne, der ist soweit weg, ich kann ihn schon nicht mehr sehen mit der Dark Vision. Ja, sollen wir seine Mates hier anzünden und dann einfach gehen? Also was helde ich gerne. Also der Dude hier brennt im Haus, sind nur noch den unten bei uns da. Dabei Gerrit im Haus. Perfekt. Da lasst uns noch kurz warten, weil sonst bringt's ja nix, wenn wir jetzt sofort wieder rennen, dann kommt er halt wieder und hebt die auf. Dann lass uns noch ein, zwei Minuten warten. Nur um sicher zu gehen. Das war schön. Sieht aus wie ein Zombie. Aber es ist auch ein Zombie. Da ist ein Hund. Ja. Aber sonst sehe ich jetzt nicht. Das ist ein Hund. Meinst du den da? Nein, den da. Ach so. Guck mal, hier hinten sind Falben. Da ist eine Fliegen-Urschi. Nord oder Süd? Das ist jetzt die Frage. Oder? Süd ist näher, würde ich sagen. Okay. Das haben wir den halben Weg schon gemacht. Dann let's go. Oh, nee, hier spring ich nie runter. Fang ich auf. Ja, nee, lass mal. Tschüss. Ist direkte Versorgungsstation auf dem Weg, da schaue ich nochmal ganz kurz vorbei. Jo. Hier gibt's einen Budi. Ich glaub, das fand er gar nicht so geil, dass ich sein Viecher gekillt hab. Ja, das war der Dicke. Ist jetzt nur natürlich das Problem, dass wir keine Darkvision mehr haben, um den Ausgang abzuchecken. Ich sag mal, wenn der jetzt drei Leute killt, dann deinstallier ich das Spiel. Alarm! Ich glaub aber. Also ich hab irgendwie das Gefühl, dass die eine Munition entweder ist die kleiner. Ist das ein kleineres Skalier? Ne, das kann ja nicht sein. Das wär ja dumm. Sie hat nichts am Lauf verändert. Der hat wahrscheinlich ne geringere Reichweite, die Brandmunition. Weil, geringere effektive Reichweite. Das wär krass, wenn du... Öke. Ja gut. Du startest halt mit der normalen Munition... Als Maul. Du startest halt mit... Äh... Null Munition für die normal... Fürs normale Kaliber. Also musst du die auch erst zusammensammeln. Ja gut. Okay. Das wusste ich nicht. Ja, sonst wär's ja krass. Du kannst 8 Schuss davon tragen. Normal kannst du auch irgendwie 10 Schuss tragen. Na gut. Du hast dann 18 Schuss. Das wär viel. Stimmt auch wieder. Du hast 20 Sekunden Niklas. Ich bin alleine. Nein, Corona-Granate. Jaaa... Gekröchel-Label-Ladebildschirm. Yes. Ey... Eltere Person folgen dir. Du folgst ihn aber nicht. Alter, wir haben neun Jäger getötet. Ich glaub so viele hatte ich noch nie. Ja, also mein... Haben wir alle getötet. Also mein Drew McCoy... Ich sag ja, der hat das... Der macht das. Level 32 ins Set. Wir sind bei Butcher. Perfekt. Ja, also... Wir müssen links rauslaufen... Und dann kommen wir wieder ins Hauptmenü. Nix da. Dann können wir noch... Okay, dann muss ich jetzt mit der Pistole spielen. Oh, man hat die Munition von der... Brand-Munition hat man... Martin doch von Anfang an. Geil. Ja, siehst du. Passt doch. Da nehm ich die Brand-Munition nicht. Da hat Vögel. Hinter uns. Klar, jemmo. So. Okay, soweit kenne ich nicht. Egal. Von sehr weit weg. Sehr leise. Okay. Und geil. Da gibt's zum Beispiel auch keinen Sinn. Ich kann die Munition wechseln, ohne eine Kugel zu verlieren. Aber ich kann nicht nachladen, ohne eine Kugel zu verlieren. Bei der Sparks? Ja, bei der Sparks nicht. Aber wahrscheinlich wäre das bei den anderen auch so. Ja. Wirklich. Total unrealistisch hier wieder. Oh oh. Das einsetzen, was wir gerade gelernt haben. Der rechte Haken? Ja. Gott hat einen harten, rechten Haken. Oh. 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 Das... Ich hab Wurstmesser. Mach aber bitte einfach jemand die da rein. Wirst du sie treffen? Nein. Natürlich nicht. vor dem nicht wenn sie so steht moment ich mache das stil voller moment da liegt ein klub kugelfänger niklas das was für dich ich bin voll mit trotzdem ist kostenlos dann nehme ich das 2 mit dem mit dem horse stirbt pferd bei der richtung westen Alle wollen in den Westen, 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 denn dort ist es viel am besten. Ist der Westen nicht rechts? Wollen wir uns verlaufen? Nee, ich war mir nicht sicher, wen von euch beiden nicht erschießen muss. Warum? Hängt der Frage. Hey, du läufst hier nach Süden. Ey, ich lauf nach Westen. Jetzt läufst du nach Westen. Doggies. Alle wollen in den Westen. Westen. Denn dort ist es am besten. Ich bin mir sicher, dass es sowas noch nicht gibt, so eine Schlager-A Cappella-Band zu gründen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Musikstile. A Cappella ist... Ach, keine Ahnung. Geht bestimmt die Kombi. Irgendwie. Ja. Da hat jemand ein Foto gemacht. Okay, weiter Richtung Westen. Das ist Brandgefahr hier. Was sind das für Leute, die hier wohnen? Ich fahre. Also, Scheiße. Ja. Was finde ich an der Axt? Oh. Hat das. schlechter wer das könnte fortkamig sein das ist fortkamig wird das dort der boss sein überhaupt nicht jetzt einfach kraniche hatten wir schon egal hallo markier nach fortkamig einzunehmen von außen wenn da leute drin sind das ist richtig kacke ich glaube wir gehen das auch falsch an ich glaube wir müssen einfach weit genug weg zu stehen und zu warten ist halt vielleicht effektiv aber nicht unbedingt sehenswert 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 kann andere die uschi dahinter alles muss man selber machen benannt nach dr henry ford karmik der ausgebäude hier sind natürlich schwierig da sind doch lief also bellhunde er ist die frage links vorbei was tun wir jetzt retaken wenn sie rauskommen dann gehen die garantiert in süden nach wolfskopf und die chance ist es halt jetzt zu warten und vielleicht schon mal einzupicken weil jetzt kamen sie jetzt gerade haben sie keine chance zu sehen ob wir da sind oder nicht muss halt nur reinkommen oder gehört zu werden es ist bei mir hier komme ich nicht durch weil das war ganz merkwürdig was du wer ist denn hier neben mir so nein ich bin mit gerrit das habe ich nicht gesagt aber gedacht ich kenne dich ich werde von vorne angeschossen dann will ich zurück gerrit schießt ich lauf rein und werde von gerrit getötet ich hab auf video wie du mich erschossen hast aber ich hab eine sekunde vorher ich auch aufgehoben ja wo mich dann einfach noch mal die sind schon mal 62 prozent ja rein kommen wir nicht das ist das können wir vergessen aber halt ich klingel jetzt einfach hier mit der klingel wir können drauf drauf gehen ja jetzt nicht alter sowieso gehört jetzt der fette da noch komm ran fettig komm traurig so nicht anders wo sind wir dann sind sie hier unten drinnen oder oben oder der boss ist da in dem rechten gebäude ja ich krieg gleich sowieso der headshot meines lebens hier richtig bam in den kopf da klettert jemand eine leiter hoch er kommt gleich da mit der p90 ballern aus dem gebäude und rushen uns einfach zu tode ihr habt das zuerst gehört nicht nur wir hier ist noch ein perk ich weiß nicht welcher er rennt direkt los alligator beinahe alligator beinahe das geil war es das geil aber gut ich habe gesehen psychologische kriegsführung wir machen das einfach ganz viel lernen können wir sind schon weg das ist schon fast am ausgang kann man durch diese felser hier durchgucken ja doch kann man teilweise so was machen wir das ist eine gute frage glaube ich versuche mal auf das dach zu kommen ich werde jetzt mit dem aufzug da hoch geht ja nicht warum nicht ich kann den mal so drehen auch das war der hammer einer tot ich weiß nicht wo die leiche liegt die ist dann da oben war er der ist runtergefallen aufzug fährt alleine ja der zersüchtigte liegt da nein ich bin runtergefallen das ist gut dass er da unten liegt für uns ich rotiere mal ein stück ich rotiere mal da rüber das war aber keiner von den beiden bounty trägern glaube ich glaube ich wenn die tot sind siehst du den auch noch auf der karton ja klar das ist mal wo das bounty ist aber ich ich habe ein hp war schneller fährst nicht wirklich darüber er hat ihn aufgehoben man geht nicht aufpasst ich habe mir direkt in die birne gegeben ja unten noch oder wo da 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 level da drüben war so ein schuss junge das hat weh einer p oh fuck oh crap Ich müsste bei Gerrit in die Nähe kommen. Dann könnte ich ihn aufheben. Ich hab necromancer. Da läuft er. Dahinter ist er. Hat nid. Hat noch nid. Scheiße, ich hab gedacht, ich krieg den. Ja, gerritig wieder komplett am Arsch der Welt, weißt du. Da war ein bisschen Russian. Russian. Mit einer One-Shot-Waffe. Also ein Einschussgewehr. Ich guck mal, kann ich dich von hier holen? Ja, ich hol dich, Gerrit. Get ready. Bei dir oben liegt ne Leiche, wenn du möglich... Nenn wir mal. Da ist noch einer oben. Sparks LR. Aber diesmal der Revenant. Ah, der, den ich mich die ganze Zeit gebettelt hab. Er zündet dich jetzt an. Mein Körper brennt. Er hebt jetzt gerade sein Mate auf. Ja. Na, scheiße. Sein Mate lag so, dass ich den nicht sehen kann. Shit. Ich hab zwar den Weitwerfer-Perk dabei, aber ich kann nicht aufs Dach werfen von hier unten. Boden aus. Oh fuck. Das war knapp. Du warst wo drauf? M-m, war ich nicht. Nee. Ich war auch drauf. Ich war schon wieder drauf. Tod. Der Revenant ist tot. Hast du den erwischt? Ja. Ich wollte nämlich sagen, weil ich hab nämlich keinen Hit gekriegt. Der hebt den auf. Ja, hat er. Scheiße. Ich weiß auch nicht wo. Gerritus Trip. Auf dem Dach. Wo der andere ist, weiß ich nicht der dritte. Fürchte ich. Kann ich von hier außen irgendwie zu dir kommen? Nein, kann ich nicht. Muss ich nur zu mir hinkommen? Ich hab gleich keine Muni mehr. Das ist schlecht. Ich muss jetzt... Hinter mir ist eine Spezial-Munition-Kiste. Ich hab keinen Plan, was ich machen soll. Die sind noch zu dritt. Einer von denen. Da war einer. Zweimal getaunt oder so. Wie war das gerade Hit? Das frage ich mich beim laufenden Band. Hä? Gerrit, siehst du das? Gerrit ist nicht da. Ich werde mich fragen, wenn ich in der Küche bin. F9. Da ist sie die ganze... Das ist jetzt witzig. Ich muss nachladen. Keine Muni. Hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Das wird ja auch nicht mehr pieken. Ich hab die... Ah, aha. Ich hab's verloren. Wo war das fuck? Wo war das fuck? Ich hab's verloren. der ist unten wieder reingelaufen oder rausgelaufen war eine bärenfall im eingang weißt du die steps oder bist du das ich bin das nicht unten läuft wieder immer noch die dahinten im blick jetzt zeigt sie sich nicht mehr das ist so ein witz auf dem dach kopf ach das war die ok die zusammen dach also das war die mit der ich mich die ganze zeit gebettelt habe noch was die kommt gut ich muss mich eben halten da haben sie gerascht siehst du gerät so raschmann er ist nicht da das war aber kein was aber von gerät aufs dach zu gehen da kann ihm niemand mehr helfen ja else wolf tut mir leid war schön ihm 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 ihm